Meine Lieben, es hat so viele Facebook und Instagram Fragen gegeben, die sich beschäftigen mit all den Dingen, die mit mir zu tun haben. Und ich komme fast gar nicht mehr dazu, die alle zu beantworten. Aber deswegen haben wir uns heute überlegt, dass ich mich hierher setze und ich freue mich riesig. Und die liebe Franzi aus der Redaktion, die stellt mir jetzt die wichtigsten Fragen, also einen Teil der Fragen, die ihr mir gestellt habt, die werden wir nach und nach immer senden. Also bitte weiter fragen. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir jetzt einen guten Rhythmus entwickeln werden, indem ich immer wieder alle eure Fragen, wenn ich sie kann, beantworte. Und jetzt geht es auch schon los. Hallo Guido, ich fange einfach mal an mit der Frage, wie war eigentlich dein Jahr 2017? In einem Satz. In einem Satz war mein Jahr 2017 eigentlich ein ganz schönes Jahr. Ich habe viel Gutes erlebt und auch was sehr Trauriges, muss man sagen. Weil meine beste Freundin ist leider gestorben, deswegen war das auch für mich das traurigste Jahr. Aber auch ein gutes Jahr, weil ich weiß, dass sie jetzt nicht mehr so leiden muss. Und deswegen würde ich sagen, weil das eigentlich viel Gutes, aber auch viel Schlechtes ist. Heißt das aber auch, dass in allen Produktlinien, auf denen Guido Maria Kretschmer draufsteht, auch wirklich Guido Maria Kretschmer drin ist? Also in allen Produkten, wo Guido draufsteht, ist auch Guido drin. Also das ist natürlich mir ganz wichtig, weil ich bin ja Designer und habe das Glück, dass ich da so vielfältig arbeiten kann. Ich gebe viele Sachen gar nicht frei. Also wir entwickeln auch ganz viele Sachen, die gar nicht auf den Markt kommen, weil ich denke, nee, das ist die Qualität oder ich will das nicht etwas anders. Also wenn das nicht perfekt wird, so wie ich es mir vorstelle, lassen wir es raus. Das passiert schmerzlicherweise öfter mal. Aber ich finde, das ist auch wichtig. Das habe ich früher so gemacht, dass ich einfach nicht jedes Produkt, was ich entworfen habe, auch auf den Markt gebracht habe. Sondern man muss entscheiden, wenn es dann fertig ist, macht es auch Sinn, auch wenn es schön ist manchmal. Also das ist so ein bisschen für mich immer die goldene Regel. Viele deiner Fans haben natürlich auch Fragen zum Shopping-Queen-Thema gestellt. Wird es eigentlich auch eine Shopping-King-Sendung irgendwann geben, hat viele gefragt. Das fragen oft Leute, so machen wir mal Shopping-King. Ich würde es nicht unbedingt sehen, weil ich glaube, manchmal treten Männer auf, die sind dann Shopping-Begleitung oder auch schon mal als Protagonist. Eine reine Männersendung, glaube ich, hatten wir nur ein einziges Mal. Das war mit Prominenten, das war ein totales Gehacke. Die wollten alle gewinnen, Männer wollen immer vorne sein und die haben sich dann gegenseitig das Leben schwer gemacht. Und ich fand, das war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Und dann haben wir gesagt, bitte gib mir meine Mädchen zurück. Und ich glaube, es muss auch mal einen männerfreien Raum geben. Ich bin ja als Mann da und ich weiß nicht, vielleicht irgendwann mal, aber eigentlich sind wir mit den Mädels ganz gut zufrieden. Und ich finde, ach, die Mädels haben so viele Männer zu Hause, die wollen auch mal mit sich was machen. Also ich würde sagen, erst mal nein. Und sag mal, gibt es ein Lieblingsmotto, so was du über alle Sendungen hinweg? Was ich sehr mag als Motto ist vielleicht alles, wo man so Freiheit hat. Wo man sagt, mach doch mal das, was du meinst, deine Interpretation, dann wird es meistens am lustigsten. Ich hatte ein bisschen Angst vor Wäsche in letzter Zeit, aber es ist auch ganz toll geworden. Es gibt so sexy Themen, ist nicht so meins. Wenn ich schon höre, sei mal schön schön sexy und so. Dann habe ich manchmal auch ein bisschen Angst, weil manche wirklich übertreiben. Aber es macht irgendwie auch Spaß. Ansonsten bin ich eigentlich immer happy, wenn ich Modethemen habe. So aktuelle Sachen, will ich den Leuten eben neben dem ganzen Amüsement eben auch erzählen, ja Mensch, traut euch, lasst euch mal was Neues ein. Und ich weiß einfach durch die Rückmeldung ja auch von vielen, dass dann auch viele Leute sich mal rantrauen, endlich wissen, oh, was ist denn eine Kulotte oder keine Ahnung, oder was ist denn Midi, was ist Maxi und so, dass man eben auch so ein bisschen machen kann, so zur Aufklärung von Modefragen. Würdest du bei Shopping Queen auch selber als Kandidat mitmachen? Und wenn ja, wen würdest du als Begleitung mitnehmen? Ich würde als Kandidat mitmachen und als Begleitung würde ich vermutlich, vielleicht meinen Frank mitnehmen? Ja, der wäre so kameratauglich. Nein, ich würde es auf jeden Fall machen. Ich mache das ja einmal im Jahr bei der Shopping Queen des Jahres und bei der Shopping Queen der Herzen bin ich ja selbst Begleitung. Da sehe ich immer, wie schwierig das ist für mich, in 500 Euro alles zu organisieren. Also ich merke immer, dann immer, Gott, oh Gott, das ist gar nicht so leicht in vier Stunden, um mit 500 Euro eine ganze Welt aufzumachen. Aber wenn die mich nehmen würden, ich mache es. Ich frage es nur, wer kommentiert mich. Ach, ich kommentiere mich selber. Du hast ja noch weitere Formate im Fernsehen. Unter anderem wurde aus der Community gefragt, wird es noch eine weitere Staffel geschickt eingefädelt geben? Leider gibt es keine Staffel geschickt eingefädelt mehr, weil wir hatten eine Zwei-Jahres-Lizenz, dann war das vorbei, ist ja ein englisches Format. Ich hätte es super gerne auch gemacht. Ich habe das sehr gerne gemacht, aber alles hat so seine Zeit. Aber es kommt ein ganz neues Format im nächsten Jahr, was ich mich unglaublich freue. Das ist ein Riesenformat und da hat es eben auch zu tun mit Nähen und mit jungen Leuten und das ist echt toll. Und das wird ganz groß und ich freue mich, dass ich da wieder so ein bisschen meine Kompetenz eben auch als Designer einbringen darf. Und das kommt. Also sozusagen für alle, die geschickt eingefädelt sehr geliebt haben, die werden mit dem neuen Format auch ganz glücklich werden. Da freuen wir uns drauf und werden natürlich auch auf deiner Webseite darüber berichten. Bist du eigentlich mega Fan von irgendjemandem, den du unheimlich gerne mal einkleiden würdest? Ja, ich bin super Fan immer gewesen von Goldie Hawn und die war ja in diesem Jahr von meiner Show und das war für mich was ganz Besonderes, weil ich die so toll fand und die kann ja so wahnsinnig gut küssen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich gleich so doll intensiv küsst. Ich war ganz überfordert und die hat all unsere Sachen mitgenommen. Also alles mit nach Amerika genommen, fast die gesamte Otto-Kollektion. Alles, was gab, hat die mitgenommen. Fand die ganz toll für ihre Tochter. Kate Hudson hat die auch noch, glaube ich, ein T-Shirt mitgenommen und ein Abendbad, ich fand es super. Und nee, das war toll. Und ich bin aber eigentlich von vielen Menschen so ein bisschen Fan, weil wenn die gut sind und mich begeistern, dann freue ich mich auch drauf, die mal zu treffen. Aber ich bin ein sehr großer Fan von Kate Winslet. Die habe ich nur einmal getroffen bei einem Shooting und die fand ich ganz toll. Also die würde ich wahnsinnig gerne mal anziehen. Also lieber anders aus. Du musst ja in deinem Beruf, also sowohl bei Shopping Queen als auch als Designer häufig Menschen nach dem Äußeren bewerten. Wie verhinderst du, dass du diesen Blick den ganzen Alltag auch überhast und mit ins Privatleben nimmst? Ja, an dir ist das gar nicht so kompliziert, weil ich Menschen eigentlich immer so sehe, wie sie dann sind. Also ich kann mich amüsieren, natürlich manchmal auch über die Klamotte und sehe sofort, was da stimmt oder nicht stimmt. Aber ich kann das sehr schnell auch trennen von den Menschen und ich finde, die Kombination macht es für mich erspannend. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit durch die Gegend laufen will, dann denke ich, was hat die denn da an? Also manchmal schreit das ja richtig laut, Geh, du Hilfe. Aber manchmal ist es auch so, dass ich die Kombination mag, dass man so daneben liegt, weil ich das selber ja auch manchmal tue. Ich trage manchmal auch zu eng und ich trage manchmal auch, denke ich Gott. Und wenn wir die Fotos von uns allen sehen, vermutlich in 20 Jahren, denken wir, Gott, was habe ich denn nur da angehabt? Das ist eben auch das Schöne, so mit Abstand beurteilt man anders. Für mich ist Mode immer auch natürlich visuell gewesen und direkt und sofort da. Und ich denke immer nur, Menschen wollen, wenn sie morgens aufstehen, was ganz Tolles anziehen und liegen manchmal so daneben, ohne es zu wissen. Und das finde ich irgendwie auch toll. Gibt es eigentlich einen Typ Mensch, mit dem du überhaupt nicht klarkommst? Also wo du gleich so denkst, boah, nee. Also ich tue mich ein bisschen schwer mit doof, würde ich sagen. So doof und fanatisch finde ich immer schwierig, wenn man so völlig voreingenommen ist. Also dass ich vor kurzem mal so ein Gespräch am Flughafen gehabt mit so einem Ehepaar, wo ich dachte, Gott, ihr beiden seid da brummstämlich. Also da kann man eigentlich gar nichts sagen. Ich war trotzdem freundlich und nett, aber die haben sich gegenseitig auch so angemacht. Da merke ich so, wenn Leute so respektlos werden und so pauschalisierend sein, die sind doch so und der macht das so, das würde ich selber nie tun. Da passe ich sehr auf. Und ich mag Menschen nicht, die keine Tiere mögen. Wenn ich merke, dass jemand so gegen Tier und gegen Natur ist und so, sieht man immer, wenn so Leute einfach den Müll wegschmeißen oder im Park so nach Tauben treten. Also wenn mein Kind in einer Taube herrennen würde und würde mir eine Taube beschmeißen, dann würde ich mein Kind sagen, geht das noch? Und dann gibt es die Eltern, die rennen da einfach weiter. Also das sind so Leute, würde ich sagen. Aber ansonsten bin ich eigentlich doof, finde ich schwierig. Aber je älter ich werde, ansonsten bin ich eigentlich relativ entspannt. Was würdest du beruflich machen, wenn es mit der Mode nicht geklappt hätte? Ich weiß nicht. Also vielleicht wäre ich Arzt geworden, Psychologe, wäre ich ein guter geworden. Ja, also was medizinisch ist, ich hätte irgendwie an die Menschen rangewollt. Das glaube ich schon. Irgendwas hätte ich mit Frauen schon gemacht. Ich hätte ihnen nicht die Haare gemacht, glaube ich. Aber ansonsten hätte ich mich ganz gut um sie gekümmert, vielleicht wäre ich ein guter Gynäkologe geworden. Ich weiß es nicht. Und ansonsten, ja, ich weiß gar nicht. Also ich hatte nie was anderes auf dem Schirm. Ich wäre vielleicht auch ein guter Maurer geworden. Ich weiß es nicht. Ich wäre vielleicht auch ein guter Architekt geworden. Architekt hätte ich auch gut werden können, weil ich das sehr mag mit Architektur, mit Zeichnen und so. Aber ansonsten, ich wäre auch vielleicht eine gute Bäckerei-Fachverkäuferin geworden, weil ich das immer sehr mochte. Ich mag das sehr, so auf dem Markt in so einem Laden so zu gehen. Guten Tag, zwei Brötchen und die packen das so ein. Also ich finde das schön auch von so was verpackt und so ein Cremerladen. Ich habe als Kind wahnsinnig gern Kaufmannsladen gespielt und, ja, vielleicht wäre ich auch Barbie-Entwickler geworden. Ich weiß es nicht. Irgendeinen Job hätte es bestimmt gegeben. Was war denn dein erstes selbstgenähtes Kleidungsstück? Mein erstes selbstgenähtes Kleidungsstück, das war eine Weste für meine Mutter aus so einem Westfalendruck. Sie sah verboten aus, mit so braunen Paspeln sah wirklich schlimm aus. Aber die hat es gleich getragen, die hat es zumindest gesagt, die hat es gemacht. Die hat das Haus verlassen, ganz stolz mit so einer Brosche. Und danach war es aber so, dass ich vier oder fünf Bestellungen reinbekam vor aus der Nachbarschaft. Da dachte ich, vielleicht hat es doch getragen. Also auf jeden Fall ist das gut angekommen. Das war so ein gestepptes Ding. Ich habe in der Zeit noch nicht gewusst, dass es fertigen Steppstoff gibt. Ich habe alles selbst gesteppt mit Watte und schön eingefasst, so kleine Kördelchen drauf. Und es war gleich ein relativ Massenprodukt, würde ich fast schon sagen, weil dann im Dorf einige Frauen mit der Weste rumgerannt sind. Und das war so mein erstes, würde ich sagen, kommerzielles Kleidungsstück. War ich 14. Hast du die danach nochmal gesehen, irgendwann, die Stücke? Also glaubst du, die gibt es noch? Hat irgendjemand noch im Kleiderschrank? Die Krims sind irgendwo unterwegs. Ich war vor vielen Jahren mal in Milano zum Arbeiten und habe dann auf dem Platz gesessen und da war eine Hose an mir vorbei. Und ich denke, oh, die Hose ist aber toll. Bis ich im zweiten Blick merke, das ist ja meine eigene. Die hatte ich vor vielen, vielen Jahren mal genäht, als sie noch in Spanien gelebt hat. Da hat das irgendein junger Student, hat er mir später erzählt, ich habe ihn gefragt, wo er sie her hat. Hat er mir erzählt, die habe ich in Ibiza auf dem Flohmarkt gekauft. Und da hatte er meine Hose an und das hat mich so gefreut. Also ich glaube, dass meine Klamotten sicher unterwegs sind. Die sind auch manchmal im Second Hand oder überall. Ich glaube, die guten Sachen bleiben immer. Der Schrabbel geht dann irgendwie weg, aber ich denke schon, dass die Sachen überall noch unterwegs sind. Dann gab es die Frage nach Modetrends, die der vergangenen Zeit oder auch aktuell, die dich schocken oder die du verfluchst. Gibt es da ein oder zwei oder drei, wo du denkst, ach, das geht einfach gar nicht? Also es gibt sicher Modetrends, würde ich sagen, die so gegen die Figur und gegen das geht eigentlich, was wir als Menschen, wenn wir eigentlich eine ganz gute Form bezeichnen würden. Es gibt natürlich diese harten 80s Klamotten mit diesem Oversize zum Teil, mit großen Schultern, wo kleine Frauen verloren gehen und so. Da gibt es wirklich viele Dinge, die auch so in der Nachbetrachtung einfach nicht mehr schön waren. Das glaube ich schon auch. Die Hosen, die zu hoch waren, dieses total high-waisted, wo man denkt, was hat die denn da? Also wenn das auch so eingezogen wird, alles zu colorful, also zu color-blocking Momente an Frauen, denen es auch nicht steht, die einfach dann die falschen Farben nehmen, das würde ich sagen. Eine große Kariertphase auch mit so Kariertjacken, kastig geschnitten, bin ich auch so ein bisschen dagegen. Dann viel Haar und so. Das ist so ein bisschen vielleicht. Und ansonsten, ich bin nicht so ein Fan von so ein bisschen so runde Klamotten, dieses ganze runde Egg-Shape-mäßige. Das geht als Mantel mal ganz schön, steht eben auch nicht jedem. Also und auch diese riesengroßen Taschen tue ich mir manchmal ein bisschen schwer. Man denkt, Gott, ist die auf der Flucht oder so. So kleine Frauen mit so riesen Rucksäcken, die dann kaum durchkommen. Das ist auch so. Und vielleicht auch manchmal auch falsche Schuhe. Ich bin nicht so ein Fan von so komischen Klotz-Absätzen, die so vorne offen sind, wo hinten zu viel los ist und vorne dann das Versprechen nicht gehalten wird. Also es gibt auch hässliche Stiefel. Also ich glaube, es gibt schon ein paar Sachen, wo ich nicht so dabei bin, aber die Mode ist ja so vielfältig, dass es immer irgendwas gibt. Aber ich bin, und ich bin auch nicht so der totale Country-Land-Typ. Da steht auch nicht jedem in Korthose und mit so einem Wickeloberteil und mit so einem Cape und mit Hütchen so mit Federchen dran, steht eben auch nicht jedem. Also ich mag es nicht, wenn es zu bieder wird. Also sehr typabhängig sozusagen. Ja, also ich meine natürlich, wenn du das Wild erlegen willst, dann ist es vielleicht ganz praktisch, so etwas dabei zu haben. Aber ich finde, wenn du in einer freien Wildbahn aussiehst wie so eine Frau, die jeden Moment den Püster rausholt, dann bin ich dagegen. Es gab eine ganz interessante Frage, über die ich erst lachen musste, aber die ich dann sehr klug fand, die ich dann sehr klug fand, nämlich, warum gibt es an Hosen immer so wenig Gürtelschlaufen? Ich glaube, zum einen gibt es an Hosen so wenig Gürtelschlaufen, weil manche Hosen nicht dafür konzipiert sind. Die sind so Formbundhosen, da will man eben den Gürtel vermeiden, weil sie eben so perfekt sitzen. Ansonsten glaube ich einfach, dass bei vielen Designern so die Gürtelschlaufen draufgehen, weil sie denken, Frauen brauchen nicht unbedingt Gürtelschlaufen, was ja Quatsch ist. Ein Gürtel kann sehr gut halten und kann sehr gut fixieren. Sie müssen halt gut gemacht sein, aber das ist, glaube ich, einer der Gründe. Ansonsten ist es so, dass wir es manchmal einfach vergessen, manchmal gibt es aus Kostengründen auch keine. Ich selber mache immer viele drauf, dann sagen die, nein, die drei müssen runter, das ist viel zu viel. Aber ich glaube, eine gute Gürtelschlaufe macht Sinn, weil wenn sie die Hose auch gut hält. Aber viele Leute haben natürlich auch sehr low geschnittene Sachen an, die brauchen fast keine Gürtel mehr. Findest du, dass Frauen, die nie High Heels tragen, auch attraktiv und sexy sein können? Also das wäre ein schlimmes Leben, wenn eine Frau ohne High Heels nicht aufregend wäre. Also ich glaube, man kann auch mit platten Füßen sehr gut ans Leben kommen und sehr gut und aufregend aussehen. Natürlich ist natürlich ein Schuh mit Absatz für eine Frau hilfreich, weil sie den Gang verändert. Man kommt ein bisschen hoch, der Po wird gestreckt, die Beine wirken länger. Also es macht auf jeden Fall Sinn, umsonst halten ja nicht alle so Hacken an. Aber man kann aber auch mit flachen Schuhen sehr erotisch sein. Es gibt natürlich Schuhmodelle, die das nicht ganz unterstützt, wenn man so Entenfüße hat. Es gibt ja auch ein paar Marken, wo ich denke, bitte tut es nicht. Also wenn du dann so große, dicke Dinger hast und dann Haare an den Beinen und dann unterwegs bist, dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein Pömp mit rasierten Beinen besser aussieht. Aber es gibt sicher auch Frauen, die sehr rustikal unten sind und oben aufregend. Also ich weiß es nicht, hoffe ich zumindest. Viele deiner Fans würden sich unheimlich gerne mal privat mit dir zum Kaffee treffen. Ich auch, würde es gerne machen. Also sehr gerne. Ich würde mich sehr gerne mit meinen Fans treffen. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich so Massenkaffee trinken machen. Also ich mache das ja immer wieder zwischendurch, weil ich gehe auch mal, bin ja mal unterwegs und dann kommen immer Menschen und die sitzen immer an meinem Tisch, egal wo ich bin, wenn ich immer am Flughafen, in der Bahn oder im Café und ich habe immer gute Zeiten und ich bin mir sicher, dass jetzt viele da draußen sagen, das stimmt, das ist wirklich so, denn das mache ich auch mit Leuten und genieße das auch mit Frauen. Auch mit so Frauengrüppchen kann ich gut sein. Und ja, ich würde mich freuen, jeder, der mich auf der freien Wildbahn erwischt, kann sagen, Guido, komm, setz mal uns hin und wenn die Zeit passt, mache ich es auf jeden Fall, weil ich das schön finde, weil ich das mag mit Menschenängsten. Gerade heute Morgen noch auf der Autobahn kam so ein Mann auf mich zu und hat mich gedrückt und sagt, ach Guido, haben Sie nicht Zeit? Ich habe gesagt, ich bin auf dem Weg, aber er meinte, ach, jeden Sonntag und jeden Samstag bin ich meiner Frau und wenn Sie nicht da sind, ist für uns so ein bisschen einsam, machen wir uns Kuchen und deswegen weiß ich, dass ich ganz gut sitzen kann und ich esse ja auch ganz gern, also ich bin auf jeden Fall kompatibel, wer mich schnappen kann, soll mich kriegen. Gibt es was total Verrücktes, was du schon immer mal machen wolltest und noch nicht gemacht hast? Nee, ich wollte nie zum Mond, also ich möchte nichts Aufregendes, ich möchte nicht Bungee-Jumping machen, da bin ich auch, also das ist nicht so meins. Was Verrücktes, was ich noch nicht gemacht habe, ich habe jetzt eigentlich alles gemacht, leider möchte man fast manchmal sagen, viele Sachen, hätte ich mir auch schenken können. Nee, sowas richtig Abgedrehtes nicht, wo ich denke, ich möchte jetzt nicht auf dem Pferd rückwärts reiten mit einem Bein oder so. Nee, also ich würde sagen, alles, was in mir brennt, das habe ich irgendwie auch schon mal gemacht. Jetzt weiß ich nicht, was morgen früh los ist, ob ich jetzt auch meinen Gummi fixiert irgendwo liegen möchte, ich glaube es nicht, aber ich würde sagen, ich habe nicht so weirde Sehnsüchte, ganz im Gegenteil, ich bin eher jemand, der mag, wenn es so ist, dass ich mich auskenne und mich wohlfühle. Ich bin gar nicht so ein Experience-Typ, der jetzt da, weiß ich nicht, durch die Welt springt oder so. Letzte Frage für heute, es gab ganz viele andere Fragen noch, das werden wir nach und nach, werden wir immer mal wieder, wenn wir dich sehen, dir Fragen stellen, aber weil wir uns ja aufs Jahr 2018 zugewegen, wie wird das Jahr 2018 für dich persönlich, was glaubst du, wie wird es sozusagen für uns in Deutschland, für die Welt, was wünschst du dir und uns? Also ich glaube, erst mal hoffe ich, dass das Jahr 2018 ein gutes Wirt, ein friedliches Wirt, das ist für uns das Allerwichtigste, dass die Menschen, die uns gerade regieren, es gibt ja genug Verrückte gerade in unserer Welt, dass die irgendwie sich konsolidieren und dass so ein bisschen die Gescheiten und die Anständigen und die Menschenliebenden vielleicht sich auf Dauer durchsetzen und dass sie weniger radikal werden. Das ist so ein Wunsch, den ich auch habe, dass weniger Menschen ihr Leben lassen müssen in 2018, nur weil irgendwelche Verrückten glauben, sie müssen irgendwas durchsetzen. Das wäre ein großer Wunsch für mich und wenn das so wäre, dann wäre mein Leben schon gerettet und viele andere leben auch. Ich hoffe, dass Syrien sich beruhigt und dass die Menschen da wieder Frieden bekommen, dass wir keine neuen Kriegsschauplätze bekommen und ich persönlich würde mir wünschen, dass ich gut durchkomme, dass wir gesund bleiben, dass ich mit den Menschen, mit denen ich eng bin, dass ich noch näher werde und ja, das ist so ein bisschen mein Traum. Aber ansonsten glaube ich, für mich kann es so bleiben, wie es ist, alles gut, aber ich würde mir für die Welt wünschen, dass es so ein bisschen ruhiger wieder geht und dass die Menschen wieder weniger sich beschweren, sondern mitmachen und aufpassen, dass sie menschlich bleiben. Vielen Dank, Guido, dass du uns deine Zeit geliehen hast. Ich freue mich, alles Liebe euch. Tschüss. Tschüss.